Komm schon! Lächeln! Lächeln! Gefährlich! Komm schon! Komm schon! Hey! Hey, hör auf! Das ist besser! Was machst du da? Oh, Baby, vertrau dem Meister! Nein! Das war so nicht abgemacht! Na und? Ich will gehen. Gehen? Bist du wahnsinnig geworden? Kannst du dir vorstellen, wie viel Geld es kostet, dieses Studio zu mieten? Und ich rede nicht über meine Dienstleistung. Wenn du jetzt gehst, schuldest du dem Besitzer eine Menge Geld. Und niemand will mit Models arbeiten, die so einen schlechten Ruf haben. Verstehst du das? Okay, aber lass es mich selber machen. So ist brav. Wir werden nichts zulassen, dass sich jemand in den künstlerischen Prozess einmischt. Oh, tut mir leid. Ich habe es nicht auf stumm geschaltet. Nein, nein, nein. Nein, ist schon gut. Bitte gib es mir. Ich kümmere mich dann. Aber warum? Das... Das ist mein Handy. Gut. Jetzt wird uns nichts ablenken. Wir werden ein sehr intensives Shooting haben. Komm schon. Zeig mir noch etwas mehr. Komm schon. Bitte, komm schon. Ich weiß. Lass mich in Ruhe, bitte. Komm schon, bitte. Bitte, komm schon. Bitte, Hilfe. Hilfe. Komm schon, Hilfe. Sag es noch einmal. Bitte, bitte. Ich liebe die echten Emotionen. Klasse, klasse, klasse. Komm schon. Bitte. Das ist mein Lieblingsstudio im obersten Stock. Du kannst schreien, so viel du willst. Komm schon, schrei. Hilfe, Hilfe. Bitte. Was? Hör auf damit. Aufhören? Wir fangen gerade erst an. Wir fangen gerade erst an. Das war nur das Vorspiel. Also bitte, gehorche mir wie alle anderen vor dir. Die anderen vor mir? Natürlich. Natürlich. Schau. Schau dir diese Babys an. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Und wenn du es nicht glaubst. Alle Beweise liegen neben deinem Handy. Aber sie sind nicht einfach irgendwelche Puppen. Sie sind Menschen. Ich bitte dich. Frauen sind Kunst. Und ich bin auch ein Künstler. Also gehören sie alle mir, einem wahren Künstler. Alle Künstler sind krank. Aber keine Sorge. Ich glaube, sie sind mir jetzt alle sehr dankbar. Glaube ich. Dankbar? Wofür? Für so einen Sprung in ihrer Karriere. Sie wurden ein Teil meiner Kunst. Und du gehörst auch bald dazu. Nein. Nein, nein. Auch mich. Oh Gott. Warum du? Warum du? Du bist meine Muse. Verstehst du das? Du bist meine Muse. Und nur die Auserwählten können mich inspirieren. Und nur die Auserwählten schreiben Geschichte durch meine Kunst. Bin ich wirklich? Die Auserwählte? Ja. Bitte. Ja, das bist du, Lilly. Okay. Okay, okay. Ich bin einverstanden. Einverstanden. Äh, ich möchte, äh, gerne zuerst etwas trinken. Okay. Ich habe eine Flasche Chardonnay. Nur für dich. Perfekt. Du wirst es lieb. Versprochen. Das wirst du bereuen. Hallo? Hallo? Hilfe! Hallo! Oh. Gott sei Dank. Bitte. Dieser Mann wollte mir etwas Schlimmes antun. Wenn Sie mir nicht glauben. Alle Beweise sind in dem Safe. Bitte. Wählen Sie den Notruf. Hey. Wie? Hey. Wo ist das Geld für das Studium? Was? Was? Und das Geld für das Schweigen? Ich glaube es nicht. Nein. Nein. Bitte. Nein. Lassen Sie mich nicht her. Ich werde euch nicht stören. Bitte. Bitte. Viel Spaß. Bitte. Nein. Gehen Sie nicht. Bitte. Bitte. Bestehe. In gutem Einvernehmen geht es also nicht. Hä? Hä? Bitte. Hör auf. Nein. 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 Naja. Das ist okay. Ich mag es auch gerne etwas grob. Nein. Nein. Bitte. Nein. 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 Lass mich los. Bitte. Oh bitte. Hilf mich an. Komm schon. Komm schon. Und? Cut. Was ist das? Jan. Lass mich los. Lass mich los. Die Kleine wollte mich reinlegen. Genauso wie du alle diese Frauen hier. Und ich bin nicht Lilly, sondern Officer Morrigans. Na schön, jetzt haben wir genug Beweise, damit du mit deiner Kunst im Knast weitermachst. Du kannst sicher sein, dass deine teuren Anwälte dir dieses Mal nicht helfen werden. Ah, und da ist noch etwas. Hey. Sag Tschüss. Perfekt. Gut gemacht, Jungs. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020